Guten Tag, ich bin der Niko und bin sowas wie ein Gruppenleiter für Pferde. Man muss schon sehr selbstbewusst sein, um diesen Job zu machen, aber mir macht es großen Spaß. Außerdem hab ich ein super Verhältnis zu meinem Rauchchen. Auf meine Stallgenossen bin ich sehr stolz, für die tue ich alles, damit wir alle zusammen viel Spaß haben. Liebe Grüße an euch alle, euer Nepo, ach noch ein ganz großen Bussee. An meine Lilly Nepo hat dich lieb. Untertitelung des ZDF, 2020